Wir haben uns als Freiheitliche in zahlreichen und entscheidenden Punkten auch durchgesetzt, weit über dem hinausgehend, was uns die Kritiker nachgesagt haben. Und bei aller systematischen Kritik wird das einige wohl am meisten wurmen. Diese Koalition ist eine Arbeitskoalition, eine pragmatische, nüchterne Arbeitskoalition, die sich durch politische Ergebnisse auszeichnen wird. Die Versteifung auf Symbolik und auf Kritikpunkte ideologischer Natur, die nichts mit dieser Arbeitskoalition zu tun haben, sondern einzig und allein das eigene Ego befriedigen, sei anderen überlassen.